Zwirlicht ist ein Pokémon mit dem Typ Geist, existierter der dritten Spielgeneration und ist die erste Entwicklungsstufe von Zwirklopp und Zwirfinst. Zwirlicht ist ein geistähnliches Pokémon welches hauptsächlich in den Farben schwarz und weiß auftritt. Sein dunkler Körper ist nun rundlich und scheint, wie es bei einem Geist aus den Sagen typisch ist, von einem Laken überzogen zu sein. Dieses verläuft nach oben hinspitz zu und ist unten offen. Auf der Hinterseite ist ein Muster aus zwei parallelen waagerecht positionierten weißen Knochen zu sehen. Das Pokémon hat keine sichtbaren Füße und bewegt sich schwebend fort. Links und rechts sind zwei Arme zu erkennen, welche in seiner charakteristischen Pose nach hinten ausgerichtet sind. Vorne befindet sich ein Gesicht welches an einen Knochenschädel erinnert und aus drei Zähnen und zwei großen Löchern besteht, in dem mittig ein rot leuchtendes Auge zu sehen ist. In seiner shiny Form ist der schwarze Körper rot. Zwirlicht ist ein langsames Pokémon, das sich jedoch durch seine herausragende Robustheit auszeichnet. Es nutzt sowohl spezielle als auch physische Attacken, um seine Gegner anzugreifen und setzt dabei hauptsächlich Geistattacken ein. So bewirft es den Feind mit einem gruseligen Spukball oder erweitert seinen Schatten und greift ihn so unerwartet von hinten mit einem Schattenstoß an. Es beherrscht aber auch Attacken anderer Typen und kann Gegnern so beispielsweise durch die Statusattacke ihr Licht schmerzhafte Verbrennungen zufügen. Das Pokémon ist bekannter für seine Beute unermüdlich zu verfolgen. Zuerst sieht es sie mit einem bösen Horrorblick an, sodass ihr die Flucht vereitelt wird und setzt am liebsten Verfolgung ein. Das Pokémon kann die Fähigkeit Schwebe besitzen, die es vor Bodenattacken und Veränderungen des Bodens schützt. Seltene Exemplare verfügen über die versteckte Fähigkeit Schnüffler, welche ein getragenes Item des Gegners erkennen kann. Spirlicht ist ein nachtaktives Pokémon, welches in Ruhestädten wie dem Pyroberg und in Ruinen zu finden ist, wo es nachts verloren durch die Dunkelheit wandert und auf Jagd geht. So sucht es sich ein Ziel und verfolgt diese Beute anschließend unnachgiebig so lange, bis die Sonne wieder aufgeht und es nicht zur Ruhe setzt. Das kann sich unsichtbar machen und man sagt, dass Pokémon möge den Klang des Weinen von Kindern. Laut Sagen zauberere es böse Kinder, die von ihren Müttern geschimpft wurden, weg und verschleppe diese an unbekannte Orte oder erschrecke sie, indem es überraschend aus Wänden erscheint. Dies und die gruselige Erscheinung, die durch das Leuchten rote Auge verstärkt wird, macht Zwirlicht zum Schrecken der Menschen und man sagt, selbst die Mutigsten hätten Angst vor ihm. Dabei ist Zwirlicht der erste Teil der 3-Stufen-Entwicklungsreihe, kann sie zu Zwirlicht weiterentwickeln, welches sich anschließend zu Zwirfinst weiterentwickeln kann. Die Nachtaktivität, das schauderhafte Verhalten, die finstere Gestalt des Pokémon und das rot-leuchtende Auge, welche die Hauptcharakteristiken von Zwirlicht darstellen, bleiben in allen 3 Entwicklungsstufen beibehalten. Bei der Entwicklung zu Zwirklop verliert das Pokémon seine geisterhafte Erscheinung. Ihm wachsen zwei große Hände und zwei klubige, aber kräftige Beine. Das Gesicht ist nicht weiter von einer Knochenplatte geschützt und statt einem lakenähnlichen Überzug ist Zwirklops Körper nun von Bandagen umschlungen. Nach der Entwicklung von Zwirklop zu Zwirfinst wird die Erscheinung des Pokémon wieder geisterhafter. Zwirfinst besitzt keine Füße mehr und bewegt sich wie Zwirlicht schwebend fort. Die großen Hände bleiben in Pokémon erhalten und es bildet zudem zwei lange Arme. Im Gegensatz zu seinen zwei Vorentwicklungen ist Zwirfinst Körperfarbe dunkler und mit einem gelben Linienmuster versehen. Während der Kopf von Zwirlicht und Zwirklop fließend zum Körper übergeht, erkennt man bei Zwirfinst eine deutliche Grenze, die durch die hellere Farbgebung und einen Kragen aus sechs Richtlinien gegeben ist. Außerdem besitzt Zwirfinst auf dem Kopf eine gelbe Antenne. In den Spielen wird die Entwicklung von Zwirlicht zu Zwirklop beim Erreichen von Level 37 ausgelöst von Zwirklop zu Zwirfinst durch einen Tausch, während das Pokémon das Item düster Umhang trägt. Und mit seinem Typen ist es Immun gegen Normal- und nicht abtacken und der Rest macht normalen Schaden.